Hi Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part mit Ajax und heute haben wir ja einen Part, der vor allem alle glücklich stellen oder zufriedenstellen wird, die ja gerne Kaderplanungen sehen, Scouting sehen und Transfers sehen, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt schon den 22. November und wir haben jetzt ein paar Abgänge. Mit Nandes, mit Jonny, mit Gorta und mit Iwobi werden uns schon einige verlassen. Dazu haben wir auch noch hier immer wieder Interesse von anderen Klubs an unseren Spielern und der Kader ist ja überaltert ohne Ende. Und dementsprechend müssen wir da einiges tun in der Transferphase und jetzt haben wir den 22. November und ich sage ganz ehrlich, ich möchte nicht zu lange zuwarten. Ich weiß gar nicht, wie es ist in den Niederlanden, schauen wir mal kurz rein mit der Winterpause. Ja, da haben wir eine ordentliche, fast einen Monat frei, das ist gut. Ich möchte auf jeden Fall, dass mit Anfang Jänner der Kader größtenteils steht. Also ich meine, natürlich können dann immer wieder Abgänge passieren, aber ich möchte, wie gesagt, dass wir uns dann gut mit den Jungs, mit denen wir dann auch wirklich längerfristig planen, vorbereiten. Und dementsprechend habe ich mir wieder mal meine Notizen gemacht hier und möchte die kurz mit euch durchgehen, beziehungsweise nochmal den Kader mit euch durchgehen, damit wir nochmal wiederholen können, was wir jetzt genau in diesem Part eigentlich suchen und von welchen Spielern wir uns vielleicht noch trennen wollen. Also Torhüterposition, Onana, natürlich ein absoluter Superstar von seinen Werten her. Sein großes Problem ist die Verletzungsanfälligkeit, also er hat jetzt viele Spiele gefehlt. Hier hat Jake Water gespielt, mal schlecht, mal okay, nie überragend. Dementsprechend werden wir auf jeden Fall eine Nummer 2 suchen, vor allem weil Kofi Owusu zwar ein Talent ist, aber meilenweit entfernt von der ersten Mannschaft und man sieht hier, er wird auch nicht so wirklich gut werden. Maximal irgendwann mal Backup, dementsprechend müssen wir uns da auf jeden Fall umschauen. Also Torwart, Backup hat die höchste Prio für mich fast. Die glückliche Situation ist, dass wir eigentlich Stammspielermäßig fast niemanden brauchen, so wie ich das Ganze jetzt geplant habe. Rechts hinten haben wir den Masraoui, der ja im Sommer jetzt zu den Bayern gewechselt ist. Der ist sowieso bei uns gesetzt, da brauchen wir einen Backup, weil da gibt es nur diesen jungen Georgiev. Und schauen wir ihn uns vielleicht so an, da sehen wir nämlich die Einschätzung auch. Der hat richtig viel Potenzial, aber er ist halt auch noch zu weit weg. Also da vielleicht noch das ein oder andere Jahr verleihen oder so, das müsste man sich überlegen, dann kann der schon ein richtig guter werden. Links hinten, Taliafico mit 33 Jahren, Daly Blind mit 35 Jahren, das heißt wir haben ja einen Schnitt von 34 Jahren auf der Linksverteidigerposition. Taliafico geht schon noch dieses und das nächste Jahr, würde ich mal sagen, aber da brauchen wir dringend wen. Und wie wir mit Daly Blind umgehen, ist auch so eine Sache, weil der frisst 3,75 Millionen. Eine große Stärke sind halt diese mentalen Fähigkeiten, aber ich weiß einfach nicht, wo ich den einsetzen soll. Ich meine, der wäre so ein eben zurückgezogener Spielmacher-Typ. Keine Ahnung. Ich bin nicht begeistert, aber andererseits hätte ich halt irgendwie auch ganz gerne, dass der die Karriere bei uns beendet. Aber vor allem für das Gehalt bringt es halt wirklich gar nichts. Die Frage ist, kann man dem vielleicht einen neuen Vertrag anbieten oder vielleicht sogar einen Mitarbeitervertrag? Ja, der wird mal auf Rotationsspieler, das wird er natürlich nicht wollen. Das bringt glaube ich nichts. Ich würde sagen, wir werden ihn anbieten, auch wenn es mir ein bisschen weh tut. Aber ich werde ihn mal nicht auf die Transferliste setzen, um einfach mal zu schauen, wer sich da so melden könnte. Die Innenverteidiger, habe ich mir gedacht, brauchen wir jetzt eigentlich niemanden, weil das sind wir richtig gut besetzt. Wir haben rechts unter anderem den Timber, auf den würde ich jetzt als Stammspieler setzen. Da ist eben auch Dortmund aktuell interessiert. Prunghöhe 13 ist halt nicht optimal, wenn man den in Kombination mit zum Beispiel dem, ich glaube Alvarez ist jetzt, naja, Alvarez ist groß mit 15, Prunghöhe, das passt. In Kombi mit dem Martinez wäre es vielleicht nicht optimal, beide nur 13. Aber die drei sind eigentlich schon extrem stark. Und dann würde ich ganz ehrlich sagen, brauchen wir nur noch den Martiner, weil schaut euch an, was das für ein Talent ist. Den müssen wir auf jeden Fall fördern. Dementsprechend kann man eigentlich den Alderete hergeben oder vielleicht sogar den Martinez, wenn der, wenn da super Angebot reinkommt, weil der hat einen richtig hohen Marktwert. Aber in erster Linie würde ich schauen, vor allem, weil am Ende Alderete auch Leute dran sind, dass wir den anbieten. Das heißt, das werde ich jetzt auch noch machen. Mal mit, machen wir, wie haben wir die 11 Millionen? Oder machen wir 12? Mal was dabei rauskommt. So, dementsprechend streichen wir da Alderete auch aus der Planung raus. Reicht mir. Zentrales Mittelfeld, das wird jetzt spannend. Also wir haben natürlich den Gravenberg als zurückgezogener Spielmacher. Und wir haben auch noch den Cavalio, der da recht gut passt. Der ist halt, der hat eine Grundfitness von 36. Dementsprechend kannst du den mit 33 auch durchaus noch spielen lassen. Und der hat halt super Werte für diese Position. Dementsprechend werde ich den halt als Backup behalten, auch wenn er sehr teuer ist. Weil ich jetzt nicht komplett noch umbauen kann auf der Position daneben. Da wollte ich euch noch was zeigen. Ich habe überlegt, den Alvarez umzutrainieren in Box to Box. Schaut euch mal das hier an. Also eigentlich, wenn man sich die Fähigkeiten anschaut, bis auf vielleicht die Weitschüsse. An denen könnte er arbeiten, wäre der ein perfekter Box to Box Spieler. Reales interessiert an ihm. Aber würde mir halt eigentlich auch irgendwie ganz gut gefallen. Oder vielleicht Ballerobern, die Mittelfeldzentrum, könnte man sich auch überlegen. Aber ja, auf dieser Position hier auf jeden Fall den Klaassen. Zumindest im Moment mal noch. Da werden wir dann sehen, dass wir da früher oder später noch den neuen finden. Dazu hätten wir den Barrios. Da ist halt die Frage, ob ich den jetzt nicht anbiete. Er hat zwar erst dreimal gespielt und wird wahrscheinlich noch nicht wechseln wollen. Aber man kann ja mal versuchen, ihn anzubieten. Dazu hätten wir noch den Planer. Sehr, sehr gutes, junges Talent. Hat jetzt auch noch einige Male gespielt. Das heißt, wenn wir Barrios hier wegkriegen, dann könnte man das theoretisch so machen, dass wir da noch jemanden holen. Dann haben wir rechts David Neres, Flügelspieler. Ne, gar nicht nach innen ziehen, sorry. Und links Sinistera, ebenfalls nach innen ziehen. Die passen schon ganz gut. Als Backup für beide Seiten Sebastian Cordova. Ein Mexikaner. Sebastian Cordova, so. Ich spreche schon wieder französisch aus. Der ist eben beidbeinig. Und dementsprechend passt der super als Backup. Und den Rasmussen, den Christian Rasmussen, finde ich eigentlich auch okay. Also zumindest für die Liga als Notnagel passt das. Da braucht man jetzt nicht dringend wehen. Vor allem, weil es eben Leute gibt wie einen Tadic, den du halt auch auf dem Flügel spielen lassen kannst. Der ist schon 37. Den möchte ich aber ehrlich gesagt nicht hergeben, weil einfach diese technischen und mentalen Fähigkeiten zu gut sind. Für die 10 reicht es immer noch. Und dann haben wir den Eriksen auch noch auf der Position. Das heißt, beim Eriksen müssen wir schauen. Also der ist jetzt körperlich sowieso auch nicht der stärkste, aber nie gewesen. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie Tadic, deswegen würde ich die zwei einfach abwechseln. Und dann haben wir den Lovro Maier noch, den ich ehrlich gesagt dann abgeben möchte. Der hätte vielleicht das Potenzial, Nachfolger von den beiden zu werden. Vielleicht könnte man da echt mit einer Laie bis zum Sommer arbeiten. Wenn es da irgendjemanden gibt, dann wäre das ganz cool. Und dann haben wir noch das junge Talent, den Jakob Baggessen, den wir ranbringen wollen. Der kann natürlich einiges von Tadic und Eriksen lernen. Vorne Masial und Lenze, da brauchen wir auch noch einen Backup, weil Lenze alleine da vorne, auch wenn wir ihn jetzt schon immer mehr spielen lassen, nur Talent alleine. Also ich möchte da schon noch einen Stürmer haben. Das heißt, wir brauchen Torwartersatz, Rechtsverteidigerersatz, Linksverteidigerersatz, beziehungsweise Linkverteidiger, vielleicht sogar mit Potenzial Stammspieler zu werden. Und wir brauchen noch einen Stürmer Backup. Wir haben aktuell 60 Millionen am Konto. Ein bisschen mehr werden es dann wahrscheinlich noch werden. Und jetzt werden wir mal zu suchen beginnen. Das heißt, wir beginnen mal auf der Torwartposition. Das sind jetzt alle Torhüter, die auf der Transferliste sind. Nach Marktwert sortiert. Da könnte man mal schauen. Die Frage ist, was wollen wir? Also wollen wir da einen erfahrenen Keeper? Wollen wir da jemanden haben, der vielleicht noch Potenzial hat? Anders Herrmann. Da sind einige an starke Klubs interessiert. Zum Beispiel, da ist halt die Frage. Also wir haben kein junges Torhütertalent. Dementsprechend könnte man sich das durchaus anschauen. Ich gehe mal, ich tue mal das Ding hier weg. Dann schauen wir, welche Torhüterinteresse hätten zu uns zu kommen. Da gibt es zum Beispiel einen jungen Spieler aus Paraguay, Jorge Morel. Den kann man nochmal scouten. Also ist geliehen von Porto. Damit kriegst du den wahrscheinlich schwierig. Da haben wir einen 18-jährigen Brian Tamayo. Und Villarreal. Spannischer junger Keeper. Also so ein junges Talent zu holen, den du hin und wieder dann mal spielen lässt, würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht verkehrt finden. Da haben wir einen Brasilianer, Vitinei Rodríguez. Der könnte sehr interessant sein. 17-jähriger Kenianer. Ah ja, den hatten wir bei US-Aufhemden. 20-jähriger Luca Potlach von Leipzig. Da müsste man mal überlegen. Hier in der Summe fühle ich mich ehrlich gesagt schon eher ein bisschen wohler. Da haben wir einen jungen Optum. Martin Optum. Ich kann mich nur an den Barry Optum erinnern. Könnte ein ganz gutes Talent sein. 18 Jahre alt. Die Frage ist, ob der schon stark genug ist für eine Backup-Rolle. Dann haben wir den Lerwig geliehen von Juve. Stimmt. Den haben wir auch mal gescoutet. Ja, was ist denn mit den Southampton-Torritern? Könnten wir uns auch noch überlegen. Tino Casali, der Österreicher von Wolfsberg. Mitesse. Kaun-Bahn, 24 Jahre alt. So jemand wäre eigentlich auch ganz cool. Wer mit 24 in einem super Torhüter-Alter ist. Kann man mal auf die Auswahlliste tun für einen Monat. Dann kriegen wir vielleicht mit, falls da zumindest irgendwer interessiert sein sollte oder so. Ich hätte gerne noch ganz gerne einen skandinavischen Torhüter. Ich sollte es vielleicht mal vom Alter her ein bisschen einschränken. Ich hätte gerne, dass der höchstens 25 ist. Also wie gesagt, dass wir ein bisschen frischen Wind in diese Mannschaft bringen, in diese so veraltete. Da haben wir einen Belgier von Klub Brügge. Lammens. Den kann man sich mal anschauen. Da ist ein Nicht-Stammspieler, so wie es aussieht. Spielerbild müsste man dann runterladen. Aus einem Learweg haben wir eh schon gesehen. Hier noch Brasilianer. Panda. Okay, Panda ist aber süß. David Nunez. Malaga. Owusu. Oduro. Niederländischer Keeper. So, dann haben wir in Skandinavier. Philipp Jörgensen. So, jemand zum Beispiel wäre ganz cool. Einiges gelb. Hat sogar schon 13 Mal gespielt für Villarreal. Also auch für die erste Mannschaft. Den packe ich vielleicht auch mal auf die Auswahlliste für einen Monat. Wie gesagt, so ist er Satz-Keeper vielleicht ganz interessant. Anada. Okay, der ist nicht so gut. Japanische Teuter. Da haben wir noch einen. Achso. Elias Mago, den scouten wir schon. Gorka, ein Pole von Fortuna. Auch nicht so wirklich stark. So, da haben wir noch einen Ivan. Igiener. Könnte ganz gut sein. Werden wir auch mal Vollscouten. Fortin. Leute von Caragent. Kann man sich auch anschauen. Gut, dann gehen wir die nächsten Positionen durch, würde ich sagen. Wir gehen auf Rechtsverteidiger. Wir gehen mal wieder auf die Transferliste. Wenn wir da jetzt aufs Alter von 25 Jahren schauen, dann hätten wir ihn hier zum Beispiel. Der ist bei Atletico. Kommt ursprünglich von Feyenoord. Der hätte schon ordentlich was drauf. Das wäre jetzt bisher schon mal so mein Favorit. Den packen wir gleich auf die Auswahlliste für die nächsten 6 Monate. Der Vertrag läuft leider nicht aus. Aber, ja, ich weiß nicht. Nicht so wirklich planen. Werden sie nicht mit ihm 16. Haben sie bezahlt für ihn. Also Deckung ist ganz gut. Das ist halt jetzt nicht so ein offensiver Verteidiger. Das ist eher so einer, den du halt auch innen spielen lassen könntest. Weil er im Dribbeln und Flanken nicht so wirklich gut ist. Das ist schon mal ein bisschen ein Nachteil. Brian Bloods. Nicht so wirklich überzeugend. Gut. Das heißt, wir streichen mal die Transferliste raus. Tino Liveramento hat er Bock zu uns zu kommen. Das finde ich auch interessant. Zumindest geringfügig. So, wir gehen von Marktwert hier mal ordentlich runter. Da haben wir, also das ist hier er. Bart von Roy und Dortmund. Das wäre halt genau so einer, wie ich ihn suchen würde. Das wäre jetzt bisher so mein Favorit, glaube ich. Weil man sieht, dass der alles kann. Körperlich und mental richtig gut ist. 24 Jahre ist ein super alter. Den würde ich dann wahrscheinlich aufbauen, als Masraoui-Ersatz schon langsam. Wobei Masraoui halt auch super stark ist. Aber er hätte schon was. Der wird mir gut gefallen. Da hat man auch einen Niederländer von der Konkurrenz aus Eindhoven. Der ist körperlich super, aber der Rest jetzt nicht so wirklich. Wagnermann von Lille. Würde ich natürlich auch feiern. Rechts und links stark. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Joshua Wagnermann. Der passt auf jeden Fall auch gut rein. So, wen haben wir vom HSV da? Aborfenig kann rechts und links auch spielen. Kann man mal scouten. Ich glaube, ich nicht ganz so stark. HSV in der 2. Bundesliga noch immer. Da haben wir einen Niederländer vom FC Basel, Casius. Der kommt ursprünglich aus der Jugend von Feyenoord. Ja, nicht der offensiv stärkste, aber kann man sich auch anschauen. Ist jetzt nicht so schlecht. Ich versuche da natürlich in erster Linie auch wieder Niederländer zu verpflichten, wenn es denn funktioniert. Aber ist nicht so easy. Der ist geliehen von Manchester City. Den werden wir aber nicht kriegen. Da ist er auf Hemden, mit irgendwelchen Spielern von dort. Harry Small. Wo ist ein Caligari hin? Im 1. FC Köln für 20 Millionen. Nicht im Ernst. Stammspieler in der Bundesliga. Ist ja lustig. Den packe ich auf jeden Fall auf die Auswahlliste. Einfach der Erinnerungen halber. Na, ich fand Teller verkauft. Schade ich mal die Summen an, was da plötzlich los war. Teller, Wattbrows zu ManCity. Kamil Grabara auch zu Köln. Marcus Edwards weg. Mal Lassia weg. Heftig. Ludwig Budinski. Das IV-Talent, das ich geholt habe. Sehr krass. Sehr, sehr krass. Auch ein echt kleiner Kader. Da hoffen wir mal, dass es gut hinhaut. Aber mit dem derzeitigen Tabellenplatz sieht es ja eh recht gut aus. So, dahin haben wir Costinha. Ein Portugiese. Agent. Der dürfte auch ganz stark sein. Vor allem offensiv stark. Der würde auch gut ins System passen. Schauen wir uns auch an. Also da gibt es schon deutlich mehr Alternativen. So, dann gehen wir mal auf die Linksverteidigerposition. Luke Thomas. So auf Hemden. Ganz oben. Mal von den Marktwerten vielleicht ein bisschen weiter runter. Da hat man auch einen Wündal, den wir ja auch schon mal hatten. Da ist real interessiert. Dementsprechend glaube ich nicht ganz so realistisch. Aber wir können ihn auch mal auf die Auswahlliste packen. Warum nicht? So, dann haben wir den nächsten Niederländer hier. Mitchell Barker, den kennt man natürlich. Der kommt sogar aus der Ajax-Jugend. Dementsprechend wäre das natürlich richtig cool. Kann richtig gut flanken. Da werden wir gleich mal Interesse bekunden. Schauen wir mal, was er sagt. So, das wäre jetzt schon mal mein Favorite links. 20-Jähriger von Barcelona. Auch nicht so günstig. West Brom Real, ein Schweizer. Chavann. Nicht der offensiv stärkste. Aber ganz gutes Talent, was sie sich da geangelt haben. Marmol. Kennen wir auch noch. Wieder ein Portugiese bei Genk. Wieder ein anderer, glaube ich. Der auch sehr stark ist. So, und da wird es jetzt interessant. Da haben wir zum Beispiel auch einen Panda Plus von Gröningen. Ehrgeizig ist er, gute Zielstrebigkeit hat er. Der Marktwert spiegelt halt überhaupt nicht wieder, wo der derzeitig ist. Dann haben wir den hier noch. Er ist halt mental sensationell. Körperlich solide, technisch, naja. Wie gesagt, mental ist der gigantisch. Deswegen kann man sich den auch anschauen. Also ihr seht hier, Möglichkeiten gäbe es ohne Ende. So, Fernando Stella. Guter Antritt. Ausdauer ist gut. Flanken kann er überhaupt nicht. Das brauchen wir halt leider. Thiago Araujo. Uh, der ist eigentlich sehr offensiv. Da ist die Frage, wie stark der defensiv ist. Das sehen wir noch nicht. Gerade wird eh gerade gescoutet. Passt. So, Noah Katerbach. Wäre auch beidbeinig. Wir sind da. Liu Tao. Ein junger Chinese. Man schaut auch nicht so talentiert aus. In Rumäne bei Via Real. Damat Vente. Aus Ding. Nee. Viel zu langsam. Pandas Shee. Boah. Ohne Ehrgeiz. Aber. Sogar Nugen, oder? Ja. Amadou Dante noch bei Sturmgards aktuell. Noch immer nämlich in dem Slave. Spannend, dass der da schon so lange ist. Der wäre natürlich auch durchaus interessant. Fakt mal auf die Auswahlliste. Nestor Guzman. Ein beidbeiniger Argentinier von River Plate. Der gefällt mir auch halbwegs gut. Ein bisschen Luft nach oben hat er noch. Ist halt schon, unter Anführungszeichen, 22. Also ich würde da nicht ganz gerne noch jüngere holen. Deswegen schauen wir vielleicht noch weiter rauf. Auch wenn es dann ein bisschen teurer wird. Daniel Behrens. Boah. Deckung und Tackling kannst du vergessen. Dann. Ich möchte nicht Engländer meiden, weil die so teuer sind. Den sonst leihen oder so. Aber leihen hilft uns nichts als Backup. Also ich meine. Dann möchte ich schon eher jemanden holen. Der ist schon richtig interessant. Na gut. Schauen wir mal. Schauen wir weiter Richtung Stürmer. Bei rechts und links Verteidigern. Also links Verteidiger haben wir jetzt glaube ich nicht geschaut auf die links, wollte ich sagen. Und fällt es da. Benjamin Zeschko. Sehen wir hier bei Dortmunds. 71 bis 112 Millionen. Also wir gehen mal vom Markt. Wird er hier eindeutig runter. Auch hier schauen wir vielleicht noch zuerst auf den Transferstatus. So wie der irgendwen gäbe. 18-jähriger Enzo Jimenez. Achso. Der Markt wird schon recht schwach. Der Nino. Boah. Ja Alter von Parma. Körperlich dürfte er ganz gut sein. Also der gefällt mir richtig gut. Erst zu Beginn bei RCD Mallorca. Und der hat einiges drauf. Also der könnte als Backup schon ganz cool sein. Passt auch vom Alter her mit 25 dann ganz gut rein. Dann haben wir ihn hin. Ihn hier. Der ist aber zu schwach. So. Aus Ecuador. Campana. Aber das zeugt jetzt auch nicht so wirklich. Schauen wir mal. Was es so ohne Transferliste gibt. Also. Die Bayern haben Thiago Thomas. Ja Alter. Aber was soll man damit machen? 19-jähriger Valisa. Da bringen. Irgendwo ist gerade zwei gute Stürme raus. So wie es aussieht. Ich möchte halt wie gesagt eher in kleineren Ligen schauen. Da haben wir Broja. Der ist halt auch ganz interessant. Chelsea genau. Daher kenne ich den Armando Broja. Der auch recht gut ist. Dann. Dinamo Kiew. Burkina Faso. Lassina Traore. Er kommt halt auch. Oder nicht ganz aus der Ajax-Jugend. Aber. Ist halt auch ein Ex-Spieler. Den ich mir durchaus einreden lasse. Wobei. Der glaube ich nicht mit der Backup-Rolle zufrieden ist. Das muss man halt auch sagen. So Larsen Stürmer von Brügge. Ein Norweger. Der mal bei Milan war. Den schauen wir uns auch genauer an. Austria-Wien-Stürmer Matthias Düssel. Glaube ich. Der schneller Mann. Zirkze. Das wäre ja eigentlich super spannend. Dann würden wir uns mit unserem Ex-Spieler wieder vereinen. Niederländer. Alter ja sehr gut. Delta Vigo interessiert. Der wird halt immer gehen finde ich. Da werde ich auch gleich Interesse bekunden. Das habe ich dann nachher. So. Van Duyven. Niederländischer Stürmer von PSV. Kann man auch mal 4-Scouten. Konkurrenzschwächen. Sicherlich auch nicht so verkehrt. Hubert Barney. Schlechter Abschlusswert. Was haben wir da noch alles Schönes? Jong. Der ist auch Niederländer, oder? Ja, genau. Und aus der Feja Nordjugend ursprünglich. Ich werde den mal auf die Auswahlliste packen. Auch wenn wir ihn jetzt nicht unbedingt brauchen können als Stürmer Backup, finde ich. Ja, es geht. Ist jetzt nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Also Abschlusswert könnte natürlich besser sein. Dafür sind die restlichen Werte ganz gut. Und eben Niederländer. Dementsprechend als Backup könnte man sich das durchaus überlegen. Den Vorschlag hat auch, glaube ich, jemand in den Kommentaren schon mal gebracht. Da nochmal ein sehr interessantes türkisches Talent. Vielleicht können mir hier irgendwelche Leute weiterhelfen, wie man den ausspricht. So, Boku. Also, haben wir eh schon gesehen. Also, ich würde sagen, da haben wir schon den ein oder anderen interessanten Namen dabei. Paulus Abraham. Eher schneller, nicht ganz so großer Stürmer. Es ist halt die Frage, ob uns das wichtig ist oder nicht. Hier mal ein Ukrainer. Silkan. Boah. Danilo Silkan. Bisher nur in der Ukraine unterwegs. Den werden wir auch voll scouten. Weil der könnte auch sehr interessant sein. Da ist PSV sogar dran. Da müssten wir vielleicht dann schauen, dass wir schneller sind. Aber zuerst würde ich trotzdem sagen, dass wir die jetzt mal fertig scouten. Caselli, den wir zu Saufhemden geholt haben, aber leider verpasst haben. Der würde mich halt auch noch reizen. Der würde jetzt auch ganz gut zu Ajax passen, finde ich. Da werden wir mal Interesse bekunden. Schauen wir mal, was die so dazu sagen. Wie gesagt, das könnte auch ganz gut passen. So, und jetzt werde ich generell noch schauen, was es auf der Transferliste gibt. Was nicht älter ist als 25. Ob es da irgendwas gibt, was vielleicht interessant sein könnte. Leo Greimel. Ja, Innenverteidiger brauchen wir halt leider nicht. Für sich wäre er interessant. Deswegen scoute ich ihn mal, falls es Abgänge bei uns gibt. Dann haben wir ihn hier. Wie konnte ich ihn? Ja, okay. Der kann weder rechts hinten noch links hinten spielen. Der hat diese offensivere Flügelverteidigerrolle. Das ist richtig interessant. Kommen wir mal. So, den haben wir eh schon. Für einen Nino haben wir. Überleg halt, ob ich nicht schon das erste Angebot abgeben soll. Also zumindest für den hier, für einen Nino. Oder Nino. Aber wir haben noch Zeit bis November. Also ich glaube nicht, dass da uns alle weggekauft werden. Vor allem haben wir sie eh auf der Auswahlliste. Auf der Auswahlliste können wir eh reagieren. Der Killingkamp. Können wir auch scouten. Kommt auch aus unserer Jugend. Ich habe gerade Marco Marien gelesen. Ja, da sind wir dann schon, glaube ich, etwas zu schwach unterwegs. Wobei den finde ich jetzt zum Beispiel auch nicht so schlecht. André Brüning. Was dem noch etwas wird, weiß ich nicht. Dieser Mario Marien von iBar ist jetzt aber gar nicht so schlecht. Muss man auch sagen. So, dann werden wir vielleicht auch generell noch schauen, welche Verträge so auslaufen. Oder haben wir das schon gemacht? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Wir werden es aber sowieso gleich rausfinden. Mal schauen, was so auslaufend auf der Transferliste ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben noch nicht drauf geschaut. Anni Mukta. Ganz interessanter Mann. Körperlich halt leider zu schwach. Und ist auch schon 30. Die Zeit vergeht, Leute. 18 Jahre jung. Amalfitano. Bei dem läuft der Vertrag aus. Der wäre halt super spannend. Fangen wir mal auf die Ausholliste. Den zu bekommen ab dem Sommer ablösefrei wäre natürlich was. Dann. Wie gesagt, haben wir hier schon so das Thema mit dem Alter. Wenn wir verjüngen wollen, ist dann eher blöd. Wang Miao. Nicht der schnellste, aber körperlich gut. Ein Chineser. Ein bisschen für die Trikotverkäufe in China. So. Sehr interessanter Franzose. Auch auf die Auswahlliste. Wenn bei dem der Vertrag ausläuft, sollte man sich den auch anschauen. So. Baptiste. Von West Ham. Schaut euch dieses Lächeln an. Wer könnte da Nein sagen? So. Wer nochmal da? Giuseppe Margini. Ne. Ohne Ehrgeiz. Persönlichkeit. Steven Berghaus. Hatten wir aber auch erst. So. Jetzt schaue ich aber nochmal ganz kurz was. René Sveta. Wie schaut es denn bei ihm aus? Der ging wieder zurück nach Hartzberg. Wie cool ist denn das? Vertrag läuft aus. Können wir dann auch schauen, wenn er seine Karriere beenden will, schon langsam, ob wir den dann nicht in unseren Trainerstab holen. Ich habe da hätte er schon Bock drauf, weil er steht schon auf Personalauswahlliste setzen. Ein René im Trainerteam, das wäre natürlich schon ganz cool. Da müssen wir aber auch schon was Leroy Quadro macht. Der ist mittlerweile bei Hansa Rostock, 29. Körperlich noch immer ganz gut. Sein 29. Hat mir übrigens ein Trikot in S geschickt. Ich weiß nicht, ob du da reinpasst. Bei den Scouten auch mal voll. Und auch auf die Auswahlliste. Den Leroy. Vielleicht ergibt sich mal was. So. Aber hier sind die Marktdäute noch immer ganz interessant. Also, da ist schon noch einiges da. Jetzt mal in erster Linie aufs Alter. Da mal ein 18-Jähriger von je. Ich würde ganz gerne sonst eben junge Spieler auch da zusammen kaufen. Das hilft nichts, weil wir haben auch recht wenig Talente bei Ajax hier. Benjamin Mayer wäre immerhin ein Linksverteidiger. Und darunter haben wir wieder einen Franzosen. Aber der ist zu schwach. Joel Matip. Dem läuft der Vertrag aus. Jonas Krummrei. Könnte man sich auch überlegen als zweiter oder dritter Keeper. Sadie. Ein junger Belgier. Den scouten wir anscheinend auch schon. Der Linksverteidiger wäre. Könnte man sich auch überlegen. Gut, also da kommt jetzt schon einiges rein. Also ich würde mal sagen, wir machen hier jetzt mal den Cut. Wir warten jetzt die Scout-Berichte ab. Und in den nächsten Parts werden wir dann auf jeden Fall Angebote machen. Je nachdem, wie die Scouting-Berichte sich so ausstellen. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Da wird jetzt Fahrt reinkommen. Und wir haben im nächsten Part Hippertin gegen Leuwarden. Aber dann gegen den AC Milan in der Champions League. Wo es jetzt zwar um nicht mehr wirklich viel geht. Aber es wäre nicht schlecht, wenn wir punkten können. Gut, vielen Dank fürs Einschalten heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.